Schön, dass Sie diesen Podcast ausgewählt haben mit einem der bekanntesten deutschen Börsenexperten, Dirk Müller, der sowohl den Brexit als auch die Wahl Donald Trumps vorhergesagt hat und auch jetzt sagt, Donald Trump wird wiedergewählt. In nach jetzigem Stand, ja, Aktienmärkte sind gerade im Moment sehr, sehr stark manipuliert durch die Notenbanken, aber auch durch große Kapitalhäuser und wenn die sagen, wir wollen Trump über die Linie schieben, man muss wissen, dass die meisten Amerikaner ihre Altersvorsorge in Aktien haben, sehr viel Geld in Aktien angelegt haben und die gucken da drauf, gucken auf den Dow Jones und sagen, Trump ist klasse. Zuhören macht klüger, vor allem dann, wenn wir uns wirklich einlassen auf unser Gegenüber mit all seinen Erfahrungen, Wünschen, Ideen, dann können wir etwas erfahren, lernen für unser eigenes Leben. Wir haben uns auf das Du geeinigt, wir haben uns auch schon mal hier kennengelernt und deshalb sage ich herzlich willkommen, Dirk Müller. Ich muss es einfach mal sagen, weil du bist halt immer noch bekannt als Mr. Dax. Ich verwende es nicht, aber ich kriege es auch nicht mehr los und das ist auch gar nichts Schlimmes. Das war ja ein Zufall, aber es war jetzt kein schlimmer Zufall, oder, für dich, dass es so gekommen ist? Nein, überhaupt nicht. Es hat mein Leben sehr, sehr positiv verändert und das, was ich mache, macht mir unglaublich viel Spaß und es gibt schon so einen schönen Song, den ich morgens tatsächlich oftmals singe. Danke für diesen guten Morgen und da ist so ein schöner Satz dabei. Danke für meine Arbeitsstelle und das kann ich wirklich aus festem Herzen sagen, ja. Du hast wirklich viel, viel zu tun. Hast du denn auch noch Zeit für Freizeit, weil ich weiß, dir ist die Natur sehr wichtig. Ja, ich mache das auch immer mehr ganz, ganz bewusst und sage sehr vieles ab und lehne sehr vieles ab, konzentriere mich auf meine Kernthemen, auf meine kerngeschäftlichen Sachen, sehr viele Nice-to-have-Sachen sage ich ab und überlege mir ganz genau, ist es mir das wirklich wert, dafür die Zeit zu opfern. Denn was ich gelernt habe bei aller Beschäftigung mit Geld, das Wertvollste, was wir haben, ist nun mal unsere Zeit. Die ist unglaublich demokratisch. Selbst der Obdachlose hat die gleiche Zeit wie der Multimilliardär und der Multimilliardär kann sich mit seinem ganzen Geld nicht eine einzige Stunde dazukaufen. Also Zeit haben wir alle gleich viel. Die Frage ist, was machen wir daraus? Und da sollten wir uns eben überlegen, wo verschwenden wir sie oder wo genießen wir sie? Und das mache ich sehr, sehr bewusst, die Zeit gezielt einzusetzen und mir dann auch die Freiräume zu schaffen, Zeit für mich zu nehmen. Und da müssen die Argumente schon sehr gut sein, dass ich die Zeit für jemand anderes hergebe, der mir nicht wichtig ist. Wir leben ja immer noch in dieser niedrigen Zinspolitik und jetzt aktuell hat die Münchner Sparkasse Sparverträge gekündigt, ihre Mitglieder. Und als Grund gaben die an die Zinspolitik der EZB. Daran wird sich wahrscheinlich auch mit Legat nicht viel ändern. Das wird so bleiben und das wird sich weiter intensivieren. Ich glaube, da sind jetzt die Signale mehr als eindeutig. Da werden wir uns drauf einstellen müssen. Wir hatten in den letzten mehr als 40 Quartale fast zehn Jahre Aufschwung an den Börsen und auch in der Wirtschaft. Und dieser reife Wirtschaftszyklus kippt jetzt weg. Und während dieses ganzen Aufschwungs hat es die EZB nicht geschafft, die Zinsen anzuheben und ist im Krisenmodus. Und jetzt kommt die Wirtschaft tatsächlich wieder in die Krise zurück. Wo soll es denn jetzt hingehen? Das jetzt die Zinsen anheben wird nicht passieren. Die werden weiter alles tun. Die werden die Zinsen immer weiter senken auf Bereiche, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Und sie wird immer weiter aufkaufen. Sie wird Anleihen aufkaufen ohne Frage. Und ich gehe davon aus, dass Lagarde irgendwann an den Punkt kommt, auch Aktien zu kaufen, so wie es die Japaner und die Schweizer ja schon tun. Trotz allem ist es immer noch irgendwie so verrückt, dass man, also ich bin ja auch noch mit dem Sparbuch aufgewachsen. Ich weiß, du hast deine Vorbehalte zu Recht, gerade jetzt. Und dass man tatsächlich, also jetzt ist es ja noch nicht so für den Normalsparer, aber bei der EZB ist es ja schon so, dass man für Geld, dass man irgendwo lagert, dieses wertvolle Gut, was ja auch arbeitet und wo ja manchmal auch mehr draus wird, dass man dafür bezahlt. Das ist einfach verrückt immer noch für mich. Das ist völlig verrückt geworden tatsächlich und widerspricht allen Lehrbüchern, die wir die letzten Jahrzehnte hatten, dass man muss sich das vorstellen, man leiht der Regierung Geld, bekommt nach zehn Jahren weniger zurück, als man ihr geliehen hat. Und das machen auch noch Leute. Also da muss man schon sagen, was ist denn hier los? Aber klar, die einen müssen es tun, beispielsweise die Versicherungen, die sind gezwungen, denen bleibt gar nichts anderes übrig und ja, der Bürger sucht händeringend nach einer Alternative und wenn alles negativ verzinst, dann stürzt man sich auf das, was noch ein bisschen Rendite bringt. Das sind beispielsweise die Aktien, das sind bei den Immobilien, kann man schon ein Fragezeichen hinten dran machen, bei den Preisen, die da draufstehen. Also es wird zunehmend schwierig, ja. Nach der letzten Bankenkrise kann man sagen, dass eigentlich wir, ich sag mal, also wir die Sparer, im Grunde haben wir alle doch die Banken gerettet. Ja natürlich, das war so, klar. Und das wird auch künftig so sein. Und wenn du die neuen Gesetze siehst, die wir in den letzten Jahren geschaffen haben, was das Thema Bail-in angeht, also das heißt, wenn die Bank pleite geht, dann können die auch auf deine Konten zugreifen und dann können die deine Sparbücher oder deine Girokonten verwenden, um ihre Probleme zu lösen, zumindest ab einer gewissen Größenordnung. Ich glaube, da auf diese Richtung werden wir uns auch einstellen müssen, denn wir sehen, dass den europäischen Banken jetzt schon das Wasser bis zum Hals steht und das, obwohl wir zehn Jahre Wirtschaftsaufschwung hatten. Wir können uns ungefähr vorstellen, was mit den europäischen Banken passiert, wenn wir jetzt in Rezession laufen, also weitere Zahlungsausfälle. Das wird ziemlich haarig werden und man wird die Sparer da zur Rechenschaft ziehen. Wir haben über fünf Billionen Geldvermögen der privaten Haushalte und eins ist klar, die Geldvermögen des einen sind die Schulden des anderen. Das ist eine Waage mit zwei Waagschalen und in dem Augenblick, wenn die einen ihre Schulden loswerden wollen, dann verlieren die anderen ihre Geldguthaben, ihre Ansprüche an diese Schuldner. Und darauf werden wir uns einstellen müssen. Ob das jetzt rein mathematisch passiert, dass man sagt, das verliert man jetzt einfach oder indem man es einfach entwertet über eine Inflation. Inflation, das muss gar keine starke, schnelle Inflation sein, dass du jetzt plötzlich 1000% Inflation hast, aber selbst wenn du einen Negativzinssatz hast von einem halben Prozent oder einem Prozent, wird dein Geld jedes Jahr, sagen wir mal, ein Prozent weniger wert. Wenn gleichzeitig die Inflation bei drei Prozent ist, ja, dann sind es jedes Jahr vier Prozent Kaufkraft, die du verlierst. Wahnsinn. Und das machst du mal zehn Jahre, dann fällt von den Schulden nicht mehr so viel übrig. Ja, das stimmt. Und von deinem Kaufkraft eines Geldes auch nicht. Ja, und gerade, also ich meine, was ja wirklich noch ein bisschen bleibt von diesen fast Negativzinsen, also gar keinen Zinsen auf das gesparte Geld, dass die Menschen ja, und das funktioniert ja glaube ich in Deutschland auch noch, also sie geben ihr Geld aus, was ja jahrelang nicht so war, also das funktioniert noch. Ja, und tatsächlich ist das auch etwas, wie man Probleme durchaus auch lösen könnte. Das war ja auch der Gedanke dahinter, oder? Absolut, dass die Menschen das Geld ausgeben. Nur, sie machen das natürlich ja nicht so, wie es sein sollte oder wie es sinnvoll sein sollte. Sinnvoll wäre, das Geld auszugeben in Investitionen, also nicht zu verpulvern in jede Menge Schuhe aus Taiwan, sondern indem man das Geld ausgibt in Investitionen. Wir haben unglaublichen Investitionsbedarf in Deutschland, wenn du schaust, die Kommunen haben, ich glaube 139 Milliarden waren es letztes Jahr an Investitionsstau, bei den Schulen fehlen über 40 Milliarden Euro. Also da gibt es genug, wo man Geld ausgeben könnte für, aber die Geldvermögen gehen nicht da rein, sondern ja, in Fragezeichen. Das ist ja, weil du bist ja auch mit dem Bühnenprogramm unterwegs gewesen, das ist ja dein Thema, weil die Deutschen ja auch immer, ich meine eine Möglichkeit wäre ja in Unternehmen zu investieren, die dann Investitionen machen und das ist ja dein Thema. Aber die Deutschen und Aktien und Börse, das ist immer noch keine Liebesbeziehung. Ja, das ist es wohl nicht. Die Deutschen haben zu viel Angst vor den Sachwerten und trauen den Geldwerten zu sehr über den Weg, wobei man sich eigentlich fragen muss, wo das herkommt. Denn wenn die deutsche Geschichte diesbezüglich was gelehrt hat, dann, dass nicht Sachwerte gefährlich sind, sondern Geldwerte. Eigentlich schon, ja. Die Deutschen haben ja schon mehrfach ihr Geld verloren, ihre Geldwerte und die Sachwerte blieben zumindest zu wesentlichen Teilen doch erhalten. Und deshalb, ich glaube, dass die Sachwertinvestitionen langfristig sinnvoller sind. Von daher, man sollte sich an guten Unternehmen beteiligen, gute Unternehmen, die bewiesen haben, dass sie es können, die starke Bilanzen haben, die ihren Markt dominieren und von denen man ausgehen kann, dass sie in zehn Jahren auch noch sehr erfolgreich sein werden. Und das sind Unternehmen, die kannst du mit gesundem Menschenverstand finden. Dann wäre doch eigentlich jetzt in fleischlose Produkte, in Unternehmen, die sich mit Klima beschäftigen, also weniger CO2. Absolut. Und das sind all die Themen, über die man kurz nachdenkt und sagt, okay, da geht die Reise hin. Dann nehmen wir das Thema Bargeld. Das Bargeld wird verschwinden. Das sind wir uns sicher. Das passiert. Wir werden also immer mehr Bargeld losbezahlen. Finde ich das gut? Nein. Ich finde es eine Katastrophe für unsere Freiheiten. Aber das wäre ein anderes Thema. Aber es kommt. Aber es wird kommen. Es kommt. Das heißt, wir werden künftig viel, viel mehr Bargeld losbezahlen als heute. Werden also Unternehmen, die diesen Markt beherrschen, wie Mastercard oder Visa, werden diese Unternehmen künftig mehr Geld verdienen oder weniger? Die Antwort ist ein No-Brainer, wie man heute so schön sagt. Da musst du nicht drüber nachdenken. Das ist logisch. No-Brainer. Das ist vollkommen logisch. Und klar werden die mehr verdienen. Also wird Mastercard, Visa, werden die in zehn Jahren noch erfolgreicher sein als heute. Kann mit hohem davon ausgehen. Ähnliches gilt für das Online-Shopping. Wir werden immer mehr online kaufen, immer weniger stationär kaufen. Und wie viele Online-Shopping-Häuser fallen dir ein, bei denen du ein Konto hast? Danke, mir auch. Die meisten sofort Amazon. Die dominieren den Markt und zwar brutalst. Also wenn wir sagen, da ist einer, der den Markt absolut dominiert und wir werden künftig immer mehr online einkaufen, dann ist die Frage, ob Amazon in zehn Jahren noch erfolgreicher sein wird als heute, relativ klar beantwortet. 100% sicher hast du nirgends. Aber nach Menschen, die wir messen, kann sagen, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird Amazon weiterhin erfolgreich sein. Wenn man jetzt so eine Aktie, so ein Unternehmen, die Beteiligung an so einem Unternehmen mal irgendwann günstig bekommt, weil es an der Börse wieder mal sich für ein paar Monate gesetzt hat, der Preis mal unter Druck gekommen ist, ja dann ist das eine gute Gelegenheit langfristig sich an sowas zu beteiligen. Ich glaube, über kurz oder lang wird aber, und es sieht ja wirklich danach aus mit diesem Negativzins. Also falls es wirklich mal so weit kommen wird, glaube, dann wird sich automatisch was tun. Oder ich muss ja das Geld verstecken zu Hause wieder in der Bettdecke. Das ist genau der Punkt, einer der Punkte, warum das Bargeld verschwinden wird. Weil in dem Moment, wenn es kein Bargeld mehr gibt, kannst du es nicht abheben, dann kannst du es nicht unter die Bettdecke stecken. Dann musst du es auf dem Konto haben und dann wirkt der Minuszins natürlich voll. Wenn die jetzt sagen, pass auf, wir machen 2% Minuszins, dann sagst du, nö, lass mal gut sein, zahl es mir aus, ich stecke es unter die Matratze. Wenn du es kein Bargeld mehr hast, dann musst du es auf der Bank lassen und dann können sie das jeden Monat abbuchen, deine 2% oder auch deine 4, 5 oder 10%. Ja und da fängt schon der Gedanke an, dass man überlegt, vieles ist ja halt auch unheimlich schwer, weil diese 10 Jahre Wachstum, da bin ich auch immer so ganz, denke ich mir, hey, viele haben es gar nicht mitgekriegt. Das ist so, weil wir auch sehen, dass das Geld massiv abgesogen wird, kann man wirklich so sagen. Denn wir hatten jetzt gerade ja schon darüber gesprochen, wo kaufen wir ein? Wir kaufen bei Amazon ein. Wo sitzt Amazon? In den USA. Wo bezahlen die Steuern? Exakt, wenn überhaupt. Mastercard, Visa, wo sitzen die? USA. Facebook, die ganze Werbung, die bisher auch bei euch gelandet ist oder bei Radio- und Fernsehsendern gelandet ist oder in Printmedien, unglaublich viel dieser Werbung wird hier abgezogen. Gelder, die ihr ausgegeben habt für Sportsponsoring oder andere Themen mehr, die werden abgezogen, werden bei Facebook investiert. Wo sitzt Facebook? USA. Wir kaufen Apple-Handys. Also wo geht das Geld hin? Zu Amerikas Technologiekonzern. Also auf diese Weise wird unglaublich viel Geld dieses Aufschwungs abgesogen. Bleibt gar nicht hier. Das sind die Taschen von wenigen Konzernen, die Milliarden verdienen und deren Aktienkurse immer höher gehen, aber die hier keinen Widerhalt finden bei vielen Menschen. Wir haben Verteilungsungerechtigkeiten ohne Ende. Das sehen wir. Und auf der einen Seite hast du natürlich die Handwerksbetriebe, die keine Termine mehr vergeben können. Also auch da ist durchaus schon große Nachfrage in der Wirtschaft da. Da kann man nicht sagen, das ist hier gar nicht angekommen. Aber wir haben eine extreme Verteilungsungerechtigkeit. Ganz viele Menschen, die einfach abgehängt sind, die von dem ganzen Aufschwung nichts mitbekommen. Und das könnten wir besser machen. Wir wissen alle, wie es ginge. Aber da ist kein Interesse daran da, weil die, die entscheiden, die verdienen ganz selber. Glaubst du, dass diese Menschen sich irgendwann mal wehren werden? Also droht da eine Revolution von unten? Absolut. Aber an dem Punkt sind wir noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Und trotz allem, wir sind auf einem Weg, das gilt für die gesamte westliche Welt, in der die soziale Komponente immer schwächer wird. Die Unternehmen werden immer stärker, bekommen immer mehr Macht. Sie lösen sich von ihren Kontrollen immer mehr, können immer frechern, aggressiver durchgreifen und sich bereichern. Diese Monopole, wie wir sie haben, beispielsweise mit Amazon oder Facebook oder Google, das sind ja faktische Monopole, dürfte es eigentlich gar nicht geben. Das heißt, die Politik ist zu schwach geworden oder zu willfährig den Konzernen gegenüber. Lässt die machen, was sie wollen. Also können die sich immer mehr absaugen. Und das fehlt dann bei vielen Leuten. Die Konsequenz ist dann, dass wir mit den Sozialstandards runtergehen. Die Agenda 2010 war es damals unter Schröder. Jetzt kommen die Nächsten überall. Wird immer weiter gekürzt werden. Die Leute, die müssen noch mehr arbeiten. Sie sollen weniger dafür bekommen und so weiter und so weiter. Sie sollen flexibler werden, was ihre Arbeit angeht. Sie sollen leichter rausgeschmissen werden und all diese Dinge mehr. Die Mieten werden immer teurer. Exakt. Also der Sozialabbau findet immer mehr statt. Darauf werden wir uns in den nächsten Jahren einstellen müssen, weil die Konzerne oder die Industrie, bleiben wir bei dem Begriff der großen Industrie, immer einflussreicher und mächtiger wird. Und ihre Interessen sind natürlich, dass die Leute mehr arbeiten, weniger dafür bekommen, weniger Sozialleistungen stattfinden, aber sie höhere Preise umsetzen können. Das wird irgendwann an eine Grenze kommen, weil wenn es keiner mehr bezahlen kann, wer soll es dann noch finanzieren? Aber im Moment ist das noch der Weg. Leider, ja. Du hast auch als Sachverständiger, du hast schon auch viel mit Politikern zu tun, Hintergrundgespräche. Du bist auch schon zweimal im Bundestag gewesen. Das ist doch jetzt, was du da gerade geschildert hast. Das schilderst ja nicht nur du, das schildern ja auch andere. Das ist ja schon traurig, wenn man überlegt, das ist ja so eine ganz große Machtlosigkeit der Politik gegenüber der Wirtschaft. Ja, was heißt Machtlosigkeit? Es wird immer mehr zum Einvernehmen zwischen beiden. Es ist ein Miteinander, wo man sich gegenseitig befeuert. Man bekommt dadurch auch Wahlkaufunterstützung. Man tauscht sich gerne aus und wird eingeladen zu reisen, zu Gesprächen. Die Wirtschaft hat immer die guten Argumente. Wir machen ja Jobs. Wenn wir nicht, wer denn dann? Und so weiter und so weiter. Also es spielt ganz vieles mit rein, sodass das gar keine so eine Hilflosigkeit der Politik sagen. Ach, wir Ärmsten, wir würden ja gern ganz anders. Sondern man kuschelt sich da ganz gern aneinander. Die Wirtschaft an die Politik, weil man braucht sie, um das Volk zu zwingen, das zu tun und die Gesetze umzusetzen. Und andersrum kuscheln sich die Politiker gerne an die Industrie, weil da wird man zu tollen Konferenzen eingeladen, hat tolle Gesprächspartner, bekommt gute Informationen und so weiter. Also das ist ein immer engeres Miteinander. Und das ist etwas, was uns eigentlich stören sollte als Gesellschaft. Und die Kontrolle wird auch immer schwieriger, da Einfluss zu nehmen, weil auch, man muss es durchaus sagen, auch der Einfluss auf große Medienkonzerne immer größer wird. Und das findet ganz unterstwellig statt und damit auch eine Nähe zur Regierung entsteht, eine Nähe zu den Konzernen entsteht und dadurch die Kontrolle immer weniger wird. Sie findet doch statt, aber sie wird natürlich versuchen, die Konzerne, diese Kontrolle, die über sie ausgeübt wurde, über die letzten Jahrzehnte immer weiter einzudämmen, einzuschränken, damit sie freier agieren können. Und das gelingt ihnen sehr, sehr gut, während die andere Seite, die Gesellschaft, die sich mal über Gewerkschaften organisiert hat und einen Gegenpart dargestellt hat, plötzlich keinen Gegenpart mehr hat. Ich höre von den Gewerkschaften nichts mehr. Ich höre keine von, dass Bürgerzusammenschlüsse stattfinden, die einen Gegenpol zur Industrie darstellen. Sehr wenig, ja. Es ist vollkommen normal, dass da... Weil eigentlich haben ja die Arbeitnehmer, Entschuldigung, dass ich in der Seite habe, ist ja ein Gespräch, aber die Arbeitnehmer haben ja eigentlich die, also ich meine, sie haben ja eigentlich eine Macht, ja, also allein von der, aber das wird nicht mehr so ausgespielt. Die Arbeitnehmer haben nur, als Bürger hast du nur dann eine Macht, wenn du dich mit anderen zusammenschließt. Als einzelner Bürger hast du überhaupt keine Macht. Du hast nur, wenn du dich mit anderen als Kollektiv zusammenschließt, eine Macht, so wie es die Gewerkschaften waren, die mal die Arbeitnehmerrechte erkämpft haben gegen eine übermächtige Industrie, damals vor über 100 Jahren. Und inzwischen, die Gewerkschaften sind ruhig geworden, wurden teilweise auch eingefangen. Es gibt kaum noch wirklich Vertreter der Masse der Bevölkerung, aber dafür ist die andere Seite hoch organisiert, hat extrem viele Ressourcen zur Verfügung und daher werden sie immer mächtiger, immer schwerer und können ihre Interessen, die zwangsläufig andere sein müssen als der Bürger und der Arbeitnehmer, immer stärker durchsetzen. Das, was wir erleben. Viele große, besonders amerikanische Unternehmen zahlen hier wenig oder fast keine Steuern. Glaubst du, dass sich das ändern wird? Nein, im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Es kommt immer mehr. Die Unternehmen haben immer mehr Möglichkeiten, sich rauszuziehen, wobei das vor allem wieder für die amerikanischen Konzerne gilt, für die auswärtigen Konzerne, die dann über Strukturen, die sehr schwer zu verstehen sind, das Geld dann praktisch unversteuert oder fast unversteuert vereinnahmen können und dadurch immer mächtiger werden. Und ist klar, wenn du ein Kaffeeröster bist mit grünem Logo, der weltweit auftritt und praktisch keine Steuern zahlst, dann bleibt dir von jedem Euro, den du einnimmst, unglaublich viel übrig, um Werbung zu machen, um dich hip zu machen, um die Leute in deinen Laden zu locken. Der kleine Bäckerladen nebendran, der seinen Kaffee anbietet, zahlt vollen Steuersatz, dem bleibt weniger übrig, der kann gar keine Werbung machen. Das ist ein unfairer Wettbewerbsvorteil. Aber du musst dich auch im Klaren sein, für Amerika ist das durchaus von Vorteil, weil eine starke Wirtschaft, starke eigene Konzerne sind ein Vorteil. Die machen dich als Staat auch stark und als Gesellschaft stark. Also hat die amerikanische Politik ein hohes Interesse, dass ihre Unternehmen wenig Steuern zahlen und international attraktiv sind und international erfolgreich sind, um auch Amerika stärker zu machen. Und deshalb, wenn wir Gesetze machen, die beispielsweise Google oder Apple oder Facebook zwingen würden, hier hohe Steuern zu zahlen, so wie es die EU ja mal zu Irland gesagt hat, dann kommt die amerikanische Regierung direkt und sagt, Freunde, wir haben zu reden. Und da sind wir nochmal der Juni-Partner. Dann müsst ihr mal, dann fängt das wieder an. Genau, dann müsst ihr Steuern, weil da kommt ja auch immer das, weil wir sind ja immer noch Exportweltmeister, also wir definieren uns ja nicht mehr ganz, geht schon. Aber das könnte passieren jetzt in diesem Abschwung, dass wir da schon ein bisschen verlieren. Definitiv, die Chinesen sind besser, ja. Und es ist auch niemand am Horizont, der das organisieren würde und von daher wird das so weitergehen. Und sobald irgendwo sich Organisationen bilden oder sich was anbahnt, werden die auch gleich torpediert. Also von daher, es ist momentan sehr schwierig und ich sehe momentan auch gar keine Lösung dafür. Wie gesagt, der Einzelne kann kaum was machen. Man muss sich organisieren. Exakt. Genau. Dieser Abschwung, der dann ja, du sagst auch, der wird kommen, ne? Also dieser, der ist schon da. Der ist schon da, wir sehen das, ja. Wird der dann wieder die treffen, die eh am unteren Ende sind oder wird der andere mal treffen? Der wird die sofort als erstes treffen. Das ist wie immer so, wenn du einen großen Baum hast, der stirbt immer erst vor den schwachen Ästen zu ab, der stammt als letztes. Und das ist hier genauso. Erst wird es die schwachen treffen und deshalb sind wir auch mit dem Investieren auf die großen Unternehmen, die starken mit guten Bilanzen. Man sagt, die trifft es als letztes. Die halten am besten durch. Viele kleine wird es aus dem Markt schwemmen, was den großen später wieder zugute kommt. Also Dinge, die ich als Investor gut finden muss oder sage, ja, das ist absehbar, muss ich als Bürger sagen. Das finde ich aber irgendwie gar nicht so doll. Aber das ist leider so und es wird die Leute sehr, sehr hart treffen. Es wird wieder die Kleinen zuerst treffen und auch die Banken und das wird auf die Kleinen wieder durchschlagen. Das wird dann Rettungsmaßnahmen geben. Liegt da auch eine Chance in so einem Abschwung? Ja, natürlich. Weil das denke ich mir sofort, weil dann kann ja auch, dass man dann überlegt, okay, es muss sich, weil in einem Aufschwung heißt es ja immer, es war ja auch so vermeintlich, die Arbeitslosenzahlen wurden immer geringer. Also das könnte ja sein, dass so ein Abschwung dann auch zu gewissen Änderungen führt, dass man sagt, da müssen wir was verändern. Also normalerweise kann man sagen, dass ein Abschwung auch immer hilfreich ist, dass er nicht funktionierende Strukturen zerstört, Unternehmen, die nicht funktionieren, pleite gehen lässt. Aber ich glaube, dass wir einen sehr, sehr starken Abschwung bekommen werden. Ich glaube, dass das sehr heftig wird. Denn das, was momentan zwischen USA und China passiert, diese Auseinandersetzung, ich habe sie schon vor Jahren angekündigt. Ja, ich erinnere mich. Es war nichts, was aus heiterem Himmel kam, sondern es war vollkommen logisch. Die meisten, die sich mit Wirtschaft beschäftigen, ignorieren die geostrategischen Zusammenhänge und die sind der Wirtschaft übergeordnet und viel langwieriger, langjähriger und lassen sich aber auch sehr gut prognostizieren. Und deshalb war dieser Konflikt zwischen USA und China lange absehbar. Jetzt setzt es sich durch und wenn man die Zusammenhänge und Hintergründe versteht, die hinten dran stehen, und das ist nicht geistiges Eigentum, sondern es geht um Macht, es geht um geostrategische Macht, dann ist klar, dass das sich nicht einfach beheben wird und die werden sich friedlich einigen und sagen, naja gut, alles wie früher. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir in den nächsten Monaten eine Beruhigung reinbekommen. Trump hat nächstes Jahr Wahlen, der will gut dastehen. Also das kann durchaus sein, dass er morgen um die Ecke kommt und sagt, ich mache einen Deal mit China, einen Übergangsdeal bis zu seiner Wahl, damit die Märkte nochmal hochschießen, damit alles nochmal toll aussieht, um nach der Wahl zu sagen, oh, die Chinesen haben aber nicht geliefert, das muss ich aber ganz hart durchgreifen. Das wissen wir, dass er sehr schnell seine Meinung ändert. Meinst du denn, also zu deiner Aufgabe, auch gerade, weil du ja auch diesen Fonds hast, du bist ja verantwortlich für die Menschen, die bei dir investieren, das heißt, du musst ja mit deinen Mitarbeitern, das ist ja eine Analyse, also du musst ja immer auch das politische Weltgeschehen, du musst ja alles im Blick haben. Absolut. Und glaubst du, dass Trump wieder gewählt wird? Nach jetzigem Stand, ja. Das ist doch nicht dein Ernst. Doch, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ich habe damals auch die Trump-Wahl angekündigt, ich habe gesagt, der wird Präsident, als es noch kaum einer was drauf gegeben hat. Es ist immer die Frage, wie interpretierst du Umfragen, die müssen wir manchmal ein bisschen adjustieren. Und nach allem, was man im Moment einschätzen kann, wird Trump die nächsten Wahlen wiedergewinnen. Aber gut, es sind noch viele Unwägbarkeiten bis dahin. Es kann auch einiges passieren. Deshalb, die Wirtschaft könnte stärker absaufen. Aber die Frage wird sein, was machen die Aktienmärkte? Aktienmärkte sind gerade im Moment sehr, sehr stark manipuliert durch die Notenbanken, aber auch durch große Kapitalhäuser. Und wenn die sagen, wir wollen Trump über die Linie schieben, dann halten die die Märkte stabil. Dann wird die Notenbank die Zinsen senken, wird unter Umständen sogar Aktienkäufe vornehmen. Und dann sieht es toll aus, Aktienmärkte sind stark. Man muss wissen, dass die meisten Amerikaner ihre Altersvorsorge in Aktien haben, sehr viel Geld in Aktien angelegt haben. Und die gucken da drauf, gucken auf den Dow Jones und sagen, Trump ist klasse. Und das sieht im Moment tatsächlich so aus. Das hört man ja auch, wenn man die Menschen dort befragt. Also sie haben eine ganz andere Sicht auf Trump als wir in dieser Außensicht. Das ist schon oft ganz interessant. Ich möchte vielleicht einen ganz wichtigen Aspekt reingehen, was den Trump angeht. Aus meiner Sicht machen wir einen großen Fehler, wenn wir Trump als verrückt sehen. Das ist das, wie wir ihn sehen sollen. Das ist ein ganz bewusstes Bild. Und das ist aber eine Strategie, die ist schon sehr, sehr alt. Das ist die Madman-Strategie, heißt die, Madman-Theory. Die hat schon Machiavelli im 16. Jahrhundert beschrieben. Und die hat Präsident Nixon in den 50er Jahren, 50er, 60er Jahren, in 60er Jahren bereits umgesetzt. Und zwar gegen die Russen. Und das ist heute sehr gut dokumentiert. Also wer das mal googeln will, Madman-Theory, der findet das belegt. Und was heißt das? Geostrategie ist ein großes Schachspiel. Wer dort sitzt als Präsident irgendeines Landes, kann sich nur sehr wenig bewegen. Der hat seine Lobbygruppen, seine Freunde, seine Feinde. Der hat sehr wenig Möglichkeiten, was er tun kann. Der auf der Gegenseite weiß das und weiß, wenn ich jetzt das tue, muss der andere, hat der nur zwei Möglichkeiten. Und aus reiner Logik wird er das und das tun. Wenn aber auf der anderen Seite einer ist, den ich für irre halten muss, wo ich nicht weiß, was er als nächstes tut, der völlig irrational handelt, bin ich raus. Ich kann mein Spiel nicht aufziehen. Ich kann immer nur reagieren auf das, was der mir vorsetzt. Und Trump hat das zur Perfektion gebracht. Er hat Freund und Feind dermaßen verwirrt, dass niemand weiß, was er als nächstes macht, wie der auf was reagiert. Das führt dazu, er selbst weiß es natürlich. Das heißt, er ist permanent im Fahrersitz. Er weiß, er zieht sein Spiel auf. Und die anderen können nur reagieren, weil sie nicht wissen, was er machen wird. Und das ist, entweder ist er wirklich so irre, wie wir ihn glauben zu sehen, oder er macht es perfekt, sein Spiel umzusetzen. Und wenn ich mir anschaue, was er seit 2016 gemacht hat, war alles in sich extrem stringent auf die weitere Entwicklung hingearbeitet. Er wird unterschätzt. Das soll auch unterschätzt werden. Also seine ganzen Parteigenossen und so weiter, die alle das unterstützen, dass die Welt ihn so sieht. Und damit haben sie alle Macht in der Hand tatsächlich zu agieren, wie sie es sonst nie hätten. Das würde ja aber auch heißen, dass er irgendwann mal auch komplett anders reagiert. Und vielleicht ja auch, was Gutes macht. Also ich meine, wahrscheinlich würdest du sogar sagen, wirtschaftlich war nicht alles schlecht, was er gemacht hat. Man muss genau überlegen, was er denn eigentlich tut. Und aus seiner Sicht ist es vollkommen logisch und aus westlicher Sicht durchaus interessant. Denn wir sind an einem Wendepunkt der Geschichte. Amerika dominiert seit mindestens dem Zweiten Weltkrieg die Welt. Sie sind der große Hegemon, die einzige Weltmacht, die jemals über die gesamte Welt praktisch Dominanz ausgeübt hat. Und damit unsere Lebensweise, unsere Lebenswelten, Individualität, Freiheit, Redefreiheit und alles, was wir als westliche Kultur verstehen, geschützt und dominant gemacht hat. Das ist nach draußen erstmal aggressiv, anderen das aufzudrängen oder andere abzuhalten, ihr Ding zu machen. Aber eins ist klar, dass alle anderen, wenn sie die Möglichkeit hätten, es natürlich auch machen würden. Ob das die Russen, die Chinesen oder die Araber sind, jeder hätte gerne die Weltmacht. Und würde, wenn Amerika Schwäche zeigt, ihnen das gerne sofort abnehmen. Also die warten nicht drauf auf ein harmonisches Miteinander, sondern die würden sofort ihrerseits Dominanz machen. Genau das, was China jetzt macht. China hat erklärt seit 2012, dass sie Amerika die Macht entziehen wollen. Dass sie die Weltmacht Nummer eins werden wollen. So und jetzt können wir uns überlegen, ob wir künftig mit westlichen Lebensvorstellungen konfrontiert sind und unser Leben nachgestalten. Oder ob wir uns künftig einem chinesischen Hegemon unterstellen und dessen Lebensweise leben wollen. Ich glaube, da haben wir eine ziemlich klare Meinung dazu. Also muss man verstehen, warum Amerika momentan alles tut, um die Dominanz aufrecht zu erhalten. Das dürfte auch in unserem Interesse sein. Und Trump macht momentan alles, sich auf diesen Konflikt mit den Chinesen vorzubereiten. Er hat erst das Geld der Auslandsunternehmen nach Hause geholt mit gesenkten Steuern. Die haben hunderte von Milliarden Dollar heimgeholt und haben die Schotten dicht gemacht. Haben sich sicher gemacht für den kommenden Handelskrieg mit China. Er hat massiv die Steuern gesenkt für die Unternehmen, die sich dann vollgesogen haben mit Gewinn, um sich vorzubereiten, um sich Reserven anzufressen für den Konflikt mit China. Er hat America first gemacht, holt die Produktion nach Hause, dass wir nicht so abhängig sind von China. Und er macht die Schotten dicht für den bevorstehenden Handelskrieg mit China, der sehr aggressiv werden wird. Wir in Europa verstehen gar nicht, was passiert. Es ist natürlich nicht nur das eine, sondern es ist natürlich auch so, wenn du mit Menschen sprichst, also du sagst ja, er wird wiedergewählt, aber er hat natürlich das Land extrem gespalten. Es passiert ja auch viel moralisch und es ist ja nicht die einzige Figur. Wir leben ja, du warst ja auch jemand, der Brexit vorausgesagt hat, glaube ich. Aber da ist dieser Boris Johnson, da ist Trump, das sind ja alles, da gehen wir mal weiter, auch Erdogan, das sind ja alles, auch China, das sind ja alles solche spaltenden Richtungen. Das ist ja schon, also für mich wirkt das bedrohlich. Ja, es ist im Moment auch. Im Moment haben wir sehr viel Spaltung wieder, sehr viel Abtrennung, sehr viel Abkapselung. Die Welt ist im sehr starken Umbruch. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen zwei Schritte vor, einer zurück. Und die Welt wächst immer weiter zusammen und das bringt Probleme. Und jetzt haben wir so diese Gegenwelle, diese Gegenbewegung, diesen einen Schritt zurück. Und zusammen mit der wirtschaftlichen Entwicklung, die wir erwarten, mit einem weltwirtschaftlichen größeren Problem, um es mal freundlich auszudrücken, wird man dann aber auch die Schuld an dieser Wirtschaftskatastrophe eben diesen Spaltern geben. Man wird sie Trump geben, man wird sie dem Separatismus geben, dem Antiglobalismus geben, der Antiglobalisierung. Und danach wird man sagen, ja, das war ja wohl eine Katastrophe. Also jetzt machen wir Globalisierung richtig. Also jetzt lassen wir das mal bleiben, jetzt arbeiten wir mal richtig zusammen. So ist es ja ganz oft, das ist so, wie du kennst es ja, in so Kurven. Aber im Moment haben die auch, was meinst du, wie es weitergeht? Mit dem Brexit. Also vielleicht wird es nochmal ein Referendum geben. Tatsächlich muss ich dir sagen, dass mich der Brexit schon seit Jahren überhaupt nicht interessiert. Ich habe den angekündigt vor den ersten Wahlen, habe ich gesagt, nach allen Einschätzungen, die ich über einige Gespräche mit Professoren, die ich mit diesen Themen auseinandersetzen, gewonnen habe, wird dir zur Brexit-Entscheid kommen. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der wird ziemlich schnell durchgezogen, dann wäre das auch gar kein großes Problem. Da kann sich Großbritannien, die Unternehmen, können sich darauf einstellen. Es gibt einen kurzen Rumble und dann ist gut, dann geht es weiter. Wir kommen ohne die Briten aus, die ohne uns, das kriegen wir hin. Und das Problem mit Ehe, wenn es sich jetzt über lange Zeit zieht, dann wird es eher problematisch. Aber auch das wird es sich geben. Ich werde mich jetzt nicht mehr darum kümmern seit 2016, bis die Entscheidung ist, wie sie es denn nun machen und was passiert. Und tatsächlich, wenn du vor, als die Entscheidung kam, 2016, du hast die Meldung aufgenommen und bist dann in den Urlaub gefahren und hast drei Jahre nichts mehr davon gehört. Kommst jetzt zurück, bist am gleichen Stand wie damals. Dazwischen hast du aber jetzt hunderte von Sondersendungen gehabt und Artikel gelesen. Und wie viel Zeit verschwendet deines Lebens mit Brexit ohne ein Erkenntnisgewinn? Es ist nichts passiert. Deshalb, ich habe mich in den letzten Jahren kaum mit beschäftigt. Ich habe gesagt, es ist Zeitverschwendung, ich kümmere mich um die Sachen, die wichtig sind. Und du hast trotzdem weitergelebt und hast auch Entscheidungen getroffen, die gut waren. Absolut. Ja, und wahrscheinlich ist das auch, wenn man die Weltwirtschaft global betrachtet, ist das ja Pippi-Kram. Ja. Also entnehme ich es deinem Gesichtsausdruck. Das ist so. Den Amerikanern ist vollkommen egal, ob wir in der EU sind oder nicht. Und die Chinesen interessiert es auch nicht. Die interessiert das überhaupt nicht. Also das ist, weil wir es vor der Haustür haben, ist es für uns ein unglaublich spannendes Thema. Es wird sich die Welt nur darum drehen. Am Ende sind die Auswirkungen absolut überschaubar. Wie gesagt, es gibt über 100 Länder, die nicht Teil der Europäischen Union sind. Die kommen alle irgendwie klar und wir ohne die. Aber dieser Konflikt zwischen China und Amerika, der wird uns auch treffen hier. Also viel mehr als der Brexit. Das ist sehr massiv, ja. Weil wie gesagt, dadurch eine Wirtschaftskrise entsteht. China, das wichtigste Land für die Weltwirtschaft der letzten 10 bis 20 Jahre, hat jetzt einen 40-jährigen Aufschwung hinter sich. Lass mal, das muss man wirklich mal durch 40 Jahre? Und man muss auch dazu wissen, und das ist etwas, was viele nicht auf dem Radar haben, weil sie sich wenigstens mit Geostrategie beschäftigen. Der Aufstieg Chinas seit den 70er Jahren war den Amerikanern zu verdanken. Amerika hat China damals aufgebaut, hat China unterstützt, hat China vorangetrieben. Als Bollwerk gegen die Sowjetunion. So wie sie Europa unterstützt haben und Japan jeweils an der Ost- und Westflanke Russlands oder der UdSSR, haben sie China aufgebaut, damit sie endlich Ruhe haben mit den Vietnam-Themen und Korea-Themen. Und stattdessen hier ein Bollwerk gegen die Sowjetunion aufbauen konnten mit kapitalistischen Maßnahmen, kapitalistischem Weg. Und haben davon massiv profitiert durch billige Produkte, die sie importieren konnten, durch billige Arbeitskräfte, Werkbank der Welt und so weiter und so weiter. Das hat toll funktioniert. Das Blöde ist, dass China jetzt so groß und selbstbewusst wird, dass sie sagen, so, wir sehen gar nicht mehr ein, länger hier der Dienstbot der Amerikaner zu sein. Wir wollen jetzt die Macht. Man kann sagen, der Lehrling will dem Meister die Werkstatt abnehmen. Das ist das, was gerade passiert. Und deshalb 40 Jahre lang haben wir diesen Aufschwung unterstützt, haben da auch Spaß dran gehabt, haben davon profitiert. Jetzt wendet sich das gegen uns und jetzt muss der Westen das beenden. Und das tut Amerika radikal, zu sagen, so China und China ist ein Riese, aber auf ganz tönenden Füßen. Man überschätzt China in seiner Stabilität. Die haben ganz, ganz viele Bruchstellen und Problemstellen. Und Amerika weiß das und weiß ganz genau, wo sie ansetzen können. Die beiden, man kann, ich vergleiche das so mal ein bisschen bildhaft und vielleicht ein bisschen flapsig, aber das Kräfteverhältnis zwischen USA und China. Per heute, Trump steht auf der USS Iowa mit den schweren Geschützen und die Chinesen kommen mit der mittelalterlichen Dschunke und ein paar Kanonen an Bord. Die werden sich wehren, da wird man eine Kanonenkugel in der Kombüse einschlagen. Aber das war es schon, wenn die Iowa die Türme ausrichtet, wird es schwierig für die Dschunke. Also noch ist Amerika mit all seinen Ressourcen wirtschaftlich in der stärkeren Position, China Probleme zu bereiten. Auch wenn es für Amerika ruppelig wird, aber da machen sie ja die Schotten gerade dicht. Aber in 10 bis 15 Jahren wäre das anders. Da wäre China mindestens auf Augenhöhe mit den USA. Und deshalb bleibt den Amerikanern, wenn sie an der Macht, an der Weltmacht bleiben wollen, und davon gehen wir mal aus, gar nichts anderes übrig, als die Nummer jetzt durchzuziehen und China den Stecker zu ziehen. Könnte China dann auch gefährlich werden? Das ist ja auch im Moment aktuell. Also was passiert in Hongkong? Ich meine, China ist ja kein demokratisches System. Also das ist ja eh erstaunlich, dass die es so weit gebracht haben. Ja, wir müssen verstehen, dass nicht alle auf der Welt unsere westlichen Werte teilen. Von Individualismus, individueller Freiheit. Dass sie so wie wir die Welt sehen. Das ist unsere westliche Welt. Und die erleben wir sehr gerne, die lieben wir. Das ist unsere Denkweise. Aber wir müssen akzeptieren, dass andere Teile der Welt, dass die Menschen dort anders ticken. Ganz besonders gilt es beispielsweise für China. Konfuzis wird immer für verantwortlich gemacht mit seinen Lehren. Die kann man so und so interpretieren. Aber tatsächlich ist es in China so, dass die Chinesen in der Mehrzahl der Bevölkerung, es gibt natürlich welche, die es ähnlich sehen wie wir, aber die Masse, muss man davon ausgehen, dass die Masse sich im Kollektiv sehr wohl fühlt. Die sagen, solange wir als Kollektiv eng zusammenarbeiten, uns dem Kollektiv unterordnen, ein erfolgreiches Kollektiv sind, profitiert jeder Einzelne von dem Erfolg des Kollektivs. Also wer da ausscheren will, wer hier individuelle Freiheiten und das Kollektiv damit gefährdet, ist ein böser und gefährlicher Mensch. Das sieht die Regierung so und das sehen die anderen im Kollektiv so. Und die Chinesen haben das über Jahrtausende so gelebt, haben immer einen starken Anführer gehabt, sich im Kollektiv untergeordnet, solange der oben geliefert hat, solange der Erfolg gebracht hat und sie damit auch davon profitiert haben. Hat der oben nicht mehr geliefert und es wurde wirtschaftlich problematisch, dann ist das Kollektiv auch gegen die Regierung vorgegangen, hat ihn weggesprengt und sich einen neuen Organisator gesucht. Und das ist die große Gefahr für die chinesische Regierung, dass sie wirtschaftlich jetzt nicht mehr liefern können, die haben 40 Jahre lang geliefert, wenn sie jetzt nicht mehr liefern können, dann kommen die Proteste, dann kommen die, Moment mal, was macht ihr da eigentlich? Und das ist genau da, wo Amerika ansetzt, China wirtschaftlich unter Druck zu setzen, um damit die Regierenden politisch unter Druck zu setzen. Und parallel, ganz zufällig, geht es jetzt in Hongkong richtig zur Sache und die hören auch nicht auf, sondern da kommt ein richtiger Druck. Und für die Chinesen, die sind auch hier wieder in der Zwickmühle. Ja klar, weil da kommt auch wieder die Digitalisierung. Also mittlerweile bekommt natürlich auch in China, auch wenn es da Verbote gibt, aber es gibt ja genug Wege, also die sehen ja, wie es in anderen Teilen. Und die Jugend sieht ja, was da passiert. Also das ist halt schon, also auch die Digitalisierung hat natürlich schon auch in unserem Leben wahnsinnig viel verändert, oder? Absolut, ja. Wobei die Digitalisierung und die Modernisierung nicht zwingend mit der Demokratisierung einhergeht. Du siehst zum Beispiel in vielen arabischen Ländern, wo die jungen Leute sehr wohl den Zugang über die Smartphones und die sozialen Medien, die modernen Medien hat, aber bei vielen trotzdem der Drang zur Demokratie gar nicht da ist, sondern immer stärkere Identifikation mit dem Glauben und den Glaubensthemen als mit den demokratischen Themen. Also das heißt, die Modernisierung und Digitalisierung ist nicht zwingend der Schlüssel für die Demokratisierung, sondern man sieht eine Modernisierung einhergehen mit oftmals einer Besinnung auf die alten Werte der eigenen Gesellschaft, der eigenen Kultur. Vielleicht investieren die Deutschen ja auch deshalb so wenig in Aktien, weil sie es nicht verstehen. Wenn wir dich als bekannten Börsenexperten schon mal hier haben, kannst du es vielleicht in einfachen Worten uns mal erklären, wie die Börse funktioniert? Eine ganz einfache Erklärung. Die Aktie, die Börse war der Ort, wo aus alter Zeit her Leute, die eine tolle Idee hatten, aber kein Geld, um es umzusetzen, zusammengebracht wurden mit Menschen, die Geld hatten, aber keine Idee, was sie damit machen sollten. Die hat man zusammengebracht. Der eine hat seine Idee eingebracht, der andere das Geld, hat eine Beteiligung an dessen Idee gekauft, eine Aktie, und gemeinsam haben die dann produziert, Maschinen hergestellt, Mitarbeiter eingestellt und im Idealfall war es auch noch erfolgreich. Und beide haben davon profitiert. Der, der die Idee hatte, der das Geld gegeben hat und am Ende auch noch die Bürger draußen, weil tolle Produkte auf den Markt kamen. Das war der ursprüngliche Sinn der Börse. Klingt so schön. Der Handel mit diesen Anteilen, dieser Aktienhandel, über den wir heute sprechen, der war eigentlich nur hinten dran gehängt. Warum? Weil der, der heute sein Geld für eine gute Idee gibt, der weiß ja nicht, ob das in zehn Jahren auch noch eine gute Idee ist. Und wenn der jetzt auf ewige Zeiten an dieses Unternehmen gebunden wäre, wird er sich aber ganz oft überlegen, ob er das auch machen soll. Wenn er aber jederzeit die Chance hat, seine Anteile zu verkaufen, weil er sagt, ach nee, ich bin nicht mehr überzeugt davon, komm, ich gebe es einem anderen, wenn auch mit ein bisschen Verlust, aber ich bin es los und investiere in was Besseres, dann ist er eher bereit, sein Geld zur Verfügung zu stellen. Und deshalb gibt es überhaupt nur den Aktienhandel, über den wir immer reden. Und leider hat sich die Börsenwelt völlig verändert. Dieser ursprüngliche Sinn, den gibt es fast gar nicht mehr. Heute ist die Börse fast nur noch dieser Zweitmarkt, dieser Handel mit gebrauchten Papieren. Glücksspiel. Ja, es wird immer mehr zum Casino. Das ist so. Es wird immer mehr zum Casino. Also dieser ursprüngliche Gedanke ist da pervertiert. Absolut, ja. Und diese Rolle dieses Geldeinsammelns, das machen heute Private Equity, das machen heute Risikokapitalgeber, Venture Capital, wie das so neudeutsch heißt. Also das findet völlig abseits der Bevölkerung statt. Das machen die großen Jungs unter sich aus. Und wenn es dann an die Börse geht, ist es nur, wenn sie Kasse machen wollen und das Geld der Leute einsammeln wollen, dann gehen sie an die Börse. Aber dennoch ist es die Börse, richtiger Ort, wo ich auch im Nachgang mich an guten Unternehmen beteiligen kann, die schon lange da sind. Es ist nicht geeignet aus meiner Sicht mehr, junge Unternehmen zu finanzieren. Das ist durch. Das macht man heute, machen die großen Jungs unter sich aus. Da kriege ich auch nichts Günstiges mehr als Anleger. Aber sich später... Das heißt, die großen kaufen solche, das sieht man ja auch, amerikanische Firmen. Facebook kauft ja dann einfach so ein Unternehmen. Exakt. Startups. Die Startups sind nicht an der Börse, sondern die werden unter der Hand gedealt. Die guten verleiben sich dann die großen Konzerne ein. Und ja, da hast du als Privat nichts davon. Aber man kann sich noch immer über die Aktien an großen etablierten Unternehmen beteiligen, die erfolgreich arbeiten, von denen man ausgeht, dass sie künftig ebenfalls erfolgreich sind. Also von daher kann man da demokratisch sich an erfolgreichen, auch großen Konzernen beteiligen. Und das kann ich nur empfehlen. Hört auf mit der Zockerei. Und langfristiges Anlegen, das geht bei mir bei fünf Jahren erstmal los. Also alles darunter, ein, zwei Jahre, alles unter ein, zwei Jahre oder ein, zwei Jahre, ist pures Glücksspiel. Das hat mit Geldanlegen nichts zu tun. Darum muss ich jedem klaren sein. Ich habe keine Ahnung, wo der DAX in einem Jahr steht oder am Ende dieses Jahres steht. Das ist pures Glücksspiel. Aber ich kann ziemlich gut sagen, ob Amazon in zehn Jahren erfolgreicher sein wird als heute. Das kann ich relativ sicher sagen. Und dahin gehend geht dann auch die. Das ist Strategie. Das ist langfristiges Anlegen. Das hat viel mit Strategie, ganz, ganz wenig mit Zufall oder Glück zu tun. Das Kurzfristige, was in einem halben Jahr oder einem Jahr passiert, das hat so gut wie nichts mit Strategie zu tun, sondern ausschließlich mit Glück und Glücksspiel. Also das, aber du hast da durchaus auch eine moralische Kategorie zum Beispiel, weil da in deinem Fonds gibt es keine Rüstungsaktien. Gibt es noch irgendwelche moralischen Dinge, die du nicht machst? Monsanto hätte ich nicht gekauft. Definitiv? Definitiv, ja. Das heißt auch Bayer, doch, aber es gibt doch. Ja, aber es ist, ich bin kein, mit meinem Fonds bin ich bewusst kein Ethikfonds, der ganz klaren ethischen Grundrichtlinien ausgeht, weil jeder versteht unter Ethik was anderes. Gehe um die Ernährung. Der eine sagt vegan, sonst geht gar nicht. Oder sogar noch Fruktarier, die nur das essen, was vom Baum fällt. Und der andere sagt, auch ein bisschen Fleisch ist schon okay. Und so hat jeder seine Vorstellung, was ethisch okay ist, was Ernährung angeht. Und das geht für jeden Lebensbereich. Ich maße mir nicht an zu entscheiden, was ethisch ist und was nicht. Aber es gibt einfach so ein paar rote Linien, wo der aufgeklärte Bürger sagt, und jetzt ist Schluss. So geht es für mich zum Beispiel bei Rüstungskonzernen, die nur Panzer herstellen oder Raketensysteme oder Drohnen, Kampfdrohnen-Systeme. Da sage ich, Freunde, daran will ich kein Geld verdienen. Daran will ich nicht beteiligt sein. Ende, aus. Aber ich gehe sehr pragmatisch vor. Zum Beispiel bin ich auch bei Facebook engagiert, sind wir investiert, obwohl ich diesen Konzern überhaupt nicht mag, von dem, was er da tut, mit der Datenkrake und so weiter. Aber ich bin da so pragmatisch zu sagen, wenn ich die Produkte nutze eines Unternehmens, dann wäre es schizophren zu sagen, ich überweise denen faktisch Geld, indem ich ihre Produkte nutze. Aber an der Aktie will ich nicht beteiligt sein. Und da ich Facebook für mich nutze und praktisch damit Facebook aktiv unterstütze, wäre es verlogen zu sagen, aber die Aktie fasse ich nicht an. Amazon genau das Gleiche. Amazon genauso. Ich kaufe häufig bei Amazon ein, aus vielen Gründen, wie viele Kunden oder viele Zuhörer auch. Natürlich. Und dann halte ich es auch für legitim, diese Aktie zu kaufen. Auch wenn ich das Unternehmen trotzdem kritisiere und sage, vieles finde ich dann nicht in Ordnung. Aber es hat auch vieles, was ich für mich nutze. Aber jetzt gerade, wo du Bayer und Monsanto erwähnt hast, das werden ja viele auch unserer Hörer, Hörerinnen verfolgt haben, da fragst du dich doch wirklich auch wieder sowas. Man versteht es nicht mit normalem Menschenverstand, mit gesundem Menschenverstand, dass dann der Vorstand, oder hilf mir bei diesem, bin ich so fest da drin. Aber ich meine, der hat diesen Aktionären so viel Minus serviert, kauft so ein Unternehmen Glyphosat, hätte sich auch mal vorher informieren können. Und trotzdem kriegt der dann einen Boni, nicht wenig. Silvia, ich kann es nicht nachvollziehen, ich konnte den Kauf damals nicht nachvollziehen. Wie übrigens die meisten meiner Kollegen nicht. Als die Meldung kam, haben wir uns an den Kopf geschlagen und gesagt, was soll der Scheiß? Damals war es schon bekannt mit Glyphosat. Ja, logisch. Die ganzen Prozesse waren bekannt. Die Probleme um Glyphosat waren bekannt. Alles in den Wind geschlagen. Man wusste das. Und man wusste, dass da tausende Prozesse anstehen. Und mit ein bisschen Überlegung, was Geostrategie angeht, wusste man auch, was das bedeutet, wenn Bayer die übernimmt. Denn auch hier muss man, ich hatte, vorhin hat man im Gespräch darüber gesprochen, die amerikanische Regierung, der amerikanische Staat hat ein hohes Interesse daran, dass die eigenen Unternehmen höchst erfolgreich sind. Das heißt, sie schützen ihre eigenen Unternehmen bestmöglich, machen die Gesetze im Sinne ihrer Unternehmen, brechen ihnen internationalen Märkte auf und halten ihnen Probleme, wo irgendwie möglich, vom Leib. So, solange also Glyphosat mit all diesen Problemen bei Monsanto als amerikanischer Großkonzern war, hatten die die schützende Hand der amerikanischen Staates, amerikanischen Regierung, der Justiz, soweit es in einem Rechtssystem möglich ist, hinter sich, die sie geschützt haben. Und eins war klar, es war irgendwann nicht mehr haltbar. Es war so eine Welle gegen Monsanto, gegen Glyphosat, die wäre auch von den amerikanischen Regierungen nicht mehr haltbar gewesen. Und dann hat man Monsanto verkauft an Bayer, an den Deutschen und sagt man so, jetzt können wir draufschlagen und genau das passiert. Aber der muss doch hinter den Kulissen, die müssen doch echt gefeiert haben und gesagt, die sind ja so bescheuert. Jetzt kann man, jetzt, da muss man fragen, ich meine, ich traue ja unseren Vorständen vieles zu, das sind ja kluge Menschen. Also da muss man sich fragen, was hat die geritten? Blöd sind die nicht. Also was lief da hinter den Kulissen, dass die so eine Nummer abgehakt haben, abgebunden haben? Aber das Schlimme daran, Dirk, ist ja, dass da... Aber wie gesagt, man kann es nicht wissen. Man kann nur Dummheit unterstellen. Genau, aber wir alle leben ja im normalen Leben mit Konsequenzen für unser Handeln und was da eben fehlt, es gibt keine Konsequenzen und da geht es um wirklich viel, viel Geld. Und das ist genau das, was ich sage, da beschreibst du genau das, was wir vorhin diskutiert haben, nämlich, dass diese Konzerne immer mächtiger werden, dass die immer frecher agieren können, keine Konsequenzen ziehen müssen. Und das war vor Jahrzehnten noch anders. Da waren aggressive Medien, die in solchen Fällen, wenn Unternehmen oder Politiker zu frech wurden, zu aggressiv vorgegangen sind gegen die Bevölkerung, gegen die Interessen der Bevölkerung, gab es Rücktritte. Es gab jede Menge Ministerrücktritte. Es gab Konzernvorstände, die zurückgetreten sind. Und diese, dann waren die Medien, die haben den Mob mobilisiert, über Wochen und Monate heiß gemacht, auf den Titelseiten, Unsauerei und so weiter und so weiter, bis eben der Rücktritt erzwungen wurde. Das hat dazu geführt, dass sie nie sicher wurden, Mensch, wenn ich zu viel Mist baue, wenn ich da zu frech bin, dann wird die Öffentlichkeit gegen mich mobilisiert, dann muss ich zurücktreten, habe ich persönliche Konsequenzen. Also hat man sich vorher schon überlegt, was man tut. Die gieren nicht so stark. In dem Moment, wo diese Kontrolle weniger stattfindet, wo weniger gegen Politiker geschossen wird, weniger gegen Konzernchefs geschossen wird, die nicht mehr zurücktreten müssen, weil kein Mob mehr mobilisiert wird, können die auch viel aggressiver Dinge machen, die man besser nicht machen würde, weil sie haben ja keine Konsequenzen zu fürchten. Das ist genau die Gefahr für die Demokratie. Das gilt ja auch für die vielen Milliarden, die jetzt wegen der Maut nachbezahlt werden müssen von Verkehrsminister Scheuer. Entschuldigung. Könnte mal passieren. Kleines Fehlerchen, naja. Ja, aber das hat dann immer, also es ist schon, da geht es immer um sehr viel Geld. Aber das hätte man, ich meine, du musst ja auch das Kleingedruckte, man muss ja einfach das Kleingedruckte lesen. Aber was bleibt, die anderen sind immer viel raffinierter. Also muss man da auch sagen, da waren viele, die Firmen, die da schon weitergedacht haben, die waren viel raffinierter als das Verkehrsministerium und unser Minister Scheuer. Klar, ich bin mal gespannt, in welchem Verband er später auftaucht, wenn er nicht mehr im Amt ist. Ja, ich könnte mir einen vorstellen. Denk an Verkehrsminister, an Wiesmann seiner Zeit, der Gewechse von Müller, die aus ihrem politischen Ressort direkt auf die andere Seite der Industrie wechseln. Und das ist genau das, was diesen Einfluss auf die Politik ausmacht. Das dürfte jetzt eigentlich, aber gab es da nicht früher auch mal, früher gab es doch mal so eine Zeit lang, da war das so, dass man nicht wechseln durfte. Es gab Karenzzeiten. Karenzzeiten, ja. Auch hier wieder, es gab, ich soll es nicht so sagen, es gab da auch aggressive Medien, die das so dagegen geschossen haben, dass sie sich das gar nicht getraut haben. Und das ist heute, heute ist sehr viel mehr Kuscheln mit den Politikern, mit der Regierung und mit den Konzernen, sodass man da sagt, naja gut, okay, das kann man sich erlauben, das Risiko kann man eingehen. Es gibt nach wie vor ganz, ganz viele, die kritisch kommentieren, die berichten, man kann es nicht über einen Kamm schenken, aber es ist heute insgesamt etwas milder geworden. Die Nähe zur Regierung und zur Industrie ist größer, als sie früher war und das verschiebt einfach schon die Machtverhältnisse zugunsten der Industrie. Finde ich interessant, dass du das sagst, weil im Grunde hat man doch durch diese ganzen sozialen Netzwerke, ist ja genau das Gegenteil, also eigentlich kann man sich ja sehr schnell zusammentun, mobilisieren und der Ton ist ja auch recht hart da. Aber du würdest so sagen, eigentlich ist das viel zu harmlos, die Kritik. Es liegt daran, dass in den sozialen Medien das auch sofort wieder verpufft, das ist ein kurzer Aufreger und dann kommt in den Medien die neueste Meldung über den Hintern der Kardashians und dann regt sich alles wieder darüber auf oder über das nächste. Das gleicht nicht. In den sozialen Medien springen innerhalb von Stunden von einem Thema zum nächsten, von einem Aufreger zum nächsten und du verschwendest eigentlich nur deine Zeit in den sozialen Medien oder in diesen kurzen Klicks. Das Gehirn kann das gar nicht aufnehmen, das Gehirn kann das nicht verarbeiten. Du bist stundenlang am Klicken von einer Nachricht zur nächsten und am Abend weißt du überhaupt nicht mehr, was du geklickt hast. Du kannst, wenn du ein Buch liest, das verankert sich, das bleibt im Gehirn hängen. Aber das, was wir hier auf den sozialen Medien machen, ist ein ständiges Springen von einem zum anderen und hat daher auch überhaupt keine Auswirkungen. Ja, wir wissen ja auch gar nicht, was das langfristig bei den Kindern, da gibt es ja mit den Gehirnen unserer Kinder, du bist selber Vater und alle Hörer, die uns jetzt, also unsere Kinder sind ja damit, da klebt das Handy ja förmlich an der Handfläche. Also das ist erschreckend. Und das ist ein Thema, was mich schon seit ein paar Jahren unglaublich ärgert und auch sehr besorgt. Wir reden über so viel zunehmende Gewalt unter Kindern, Respektlosigkeit, Dinge, wo 13-Jährige sich zusammenrotten und sexuelle Übergriffe machen. Wo man sagt, wie gibt es denn sowas? Auf der anderen Seite haben wir es zugelassen, dass über das Internet, über die Videodienste dort, über YouTube und alle möglichen anderen, über jede Suchmaschine, die Zehnjährigen Zugang zu härtester Pornografie bekommen, zu härtesten Gewaltszenen bekommen. Wir hatten mal ein Jugendschutzgesetz, es war FSK, du erinnerst dich, dass der Song Genie mal nicht gespielt werden durfte im Radio, weil da für Andeutung eine Vergewaltigung hätte sein können. Warum? Weil man gesagt hat, das macht was mit unseren Kindern, damit können die nicht umgehen, das verändert ihre Psyche. Jugendschutz. So, und heute sagt man, war alles nur Spaß, das macht gar nichts mit den Kindern. Die dürfen das gucken, die können sich da Enthauptungsszenen anschauen, das verändert ihre Psyche nicht. Also wenn das so wäre, dann würde ja Werbung nicht funktionieren. Also wir lassen unsere Kinder hier auf etwas los, wir schützen sie nicht mehr vor dem, wo wir sie schützen müssen. Wir kommen unserer Aufgabe als erwachsene Gesellschaft nicht nach und das ist viel, viel fahrlässiger als viele andere Themen, über die wir uns aufregen. Wir versauen eine gesamte Generation, indem wir ihnen Dinge in Augen und Ohren fließen lassen, die eine ganze Generation in einer Art und Weise verändert, wie wir eine Gesellschaft am Ende nicht haben wollen. Und ich frage mich, was passiert da? Wo ist der Jugendschutz geblieben? Wo sind die Politiker, die dafür zuständig sind? Wo sind die Gremien, die dafür zuständig sind? Ich hatte so meine Anfrage gemacht, das ging dann tatsächlich auch zur Prüfbehörde. Ich habe dann so ein paar Rap-Videos und so weiter eingeliefert, guck mal, was das möglich ist. Das ist frei zugänglich, ja. Und dann hieß es, naja, das sollte mich mir nicht so dran stellen, das wäre halt heute so, das wäre zwar stark jugendbeeinflussend, aber nicht stark jugendgefährdend, was immer man darunter versteht. Aber es gibt ja zum Beispiel auch immer noch im Kino, gibt es doch FSK, also es passt überhaupt nicht zusammen, aber ich habe sofort wieder daran gedacht, im Grunde kapitulieren wir da auch wieder. Es sind ja auch amerikanische Konzerne, also wir können da, wir haben unser Leben, also wir haben im Grunde das überhaupt nicht mehr hier im Griff und das ist erschreckend. Exakt, und normalerweise müsste man sagen, ein Kinobetreiber, der sagt, tut mir leid, ich kann keine Einlasskontrolle machen, ich habe keine Ahnung, ob da jetzt ein 10-Jähriger in den Porno geht oder ein 18-Jähriger, wie soll ich denn das prüfen? Da würde aber schnell was passieren, oder? Na ja, ist halt okay, aber genau bei YouTube und anderen, YouPorn und so weiter machen wir das, da sagen wir, okay, können die nicht prüfen? Na ja, dann dürften halt die alle drauf schauen, was soll's. Da müsste man sagen, Freunde, lasst euch was einfallen, wir leben im 21. Jahrhundert, entweder schafft ihr eine technologische Regelung, schafft ihr eine Peer-to-Peer-Kontrolle, ansonsten macht ihr zu, dann dürft ihr nicht ausgestrahlt werden. Ja, was glaubst du, wie schnell die eine Lösung hätten? Aber dann kommt sofort der Druck der Konzerne, der Druck des Geldes, der Druck der amerikanischen Regierung, Moment mal, das ist freie Meinungsäußerung und so weiter und dann bist du raus. Aber was passiert, ist genau das, dass wir dann diese Übergriffe der Jugendlichen haben, dass wir eine Verrohung der Gesellschaft haben, eine Respektlosigkeitung der Gesellschaft haben und uns dann wundern, wo es herkommt. Müssen wir uns nicht wundern. Du bist doch unser Optimist, Dirk. Trotz allem ja. Aber wir haben eigentlich da, also jetzt gerade wenn du das beschreibst, da haben wir doch schon verloren, weil das, glaubst du, dass wir da noch schaffen, da einen Riegel vorzuschieben? Ja, wenn wir das wollen, können wir das vorstellen. Wenn wir das wollen, im Grunde ist es so. Und ich weiß jetzt auch von Politikern, mit denen ich ab und zu in Kontakt bin, die sagen, ja, wir kümmern uns darum, die es auch tatsächlich jetzt hinterfragen, die Anfragen stellen, die das Thema aufgreifen. Und es geht aber auch da nur darum, wenn wir als Bevölkerung sagen, wir haben die Schnauze voll, es gibt jetzt auch die ersten Organisationen, die sich damit auseinandersetzen, die das thematisieren, die die Leute einsammeln. Und wir müssen uns zu solchen Dingen bündeln und wir müssen permanent dranbleiben und sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein, was ihr da macht. Schützt unsere Kinder verdammt nochmal und dann passiert auch was. Ja, also wieder dieses, wir sind nicht machtlos. Also das muss man immer wieder sagen, das darf man nie denken. Nein, wir müssen uns nur zusammentun. Genau, wir müssen uns, ja. Als Einser bist du machtlos. Genau, im Kindergarten, wenn man um eine Straße kämpft davor, es fängt ja im Kleinen an und da siehst du ja, was du machen kannst. Absolut, ja. Und im Großen geht es auch wahrscheinlich nur noch so, man muss sich engagieren. Absolut, ja. Das ist nur unser, wir haben nur dieses eine Leben. Exakt. Oh, jetzt sind wir aber echt sehr ernst geworden. Ja, vor allem, sind wir vor allem um die Themen, die wir beeinflussen können, weißt du? Und genau das, was unsere Kinder schauen können, dieses Thema, das können wir beeinflussen. Wir können nicht die Welt verändern. Wir können nicht Chinas Art und Weise zu denken verändern oder wie China mit Hongkong umgeht. Das ist nicht unsere Welt. Wir können die Amerikaner nicht beeinflussen, wie sie international ihre Politik gestalten sollen. Da können wir uns tierisch drüber aufregen oder es gut finden, was auch immer. Aber das verändern wir nicht. Aber wir können sehr wohl das in unserem direkten Umfeld verändern. Wir können unser eigenes Denken verändern. Wie gehen wir mit Menschen um? Wie gehe ich mit den Leuten auf der Straße um? Wenn mir einer vorne reinschneidet, muss ich denen beschimpfen und die Faust zeigen? Oder kann ich sagen, Mensch, gut, dass es nicht gekracht hat. Vielleicht hat er gerade einen Anruf bekommen, dass er eine Frau im Krankenhaus ist. Weiß ich's. Also einfach mal davon ausgehen, dass 99 Prozent der Menschen um uns rum, wie uns friedlich und nett leben wollen, dass es unsere Freunde sind, dass sie es gut mit uns meinen. Und wegen dem 1 Prozent der Drecksäcke müssen wir nicht alle anderen so behandeln. Guckt nicht immer nur im Internet nach den negativen Sachen. Wir haben heute viel über Negatives gesprochen. Und ganz am Anfang über das Positive. Nehmt euch die Zeit, geht raus ins Grüne, geht in die Natur. Umgebt euch mit euren Freunden, mit lieben Menschen, redet über schöne Dinge, erdet euch wieder. Denn es manifestiert sich immer das, wo man seine Energie drauf lenkt. Und wenn ihr eure Energie permanent auf das Negative lenkt, dann verstärkt das sich. Lenkt eure Energie aufs Positive, dann verstärkt das sich. Lächelt mal jemanden an im Bäckeresladen, seid mal freundlich, halt mal eine Tür auf, das verstärkt sich. Lasst euch was einfallen, wie ihr anderen was Gutes tun könnt, das verstärkt sich. Und das ist unsere Chance, die wir haben. Die Welt verändern wir nicht, aber uns und unsere direkte Umwelt, die ist sehr wohl. Also ich würde, die persönliche Welt zu verändern, ist so wertvoll und so einfach zu machen. Mit kleinen Gesten im Alltag. Beispielsweise mache ich das ab und zu mal als Kleinigkeit, wenn ich beim Bratwurst stand und habe mir eine Bratwurst gekauft. Hinter mir stand keine. Da habe ich gesagt, komm mal, hier hast du nochmal drei Euro extra. Der Nächste, der kommt, kriegt seine Bratwurst umsonst. Kleinigkeit? Ich wusste nicht, wer das ist. Ich sage mir auch nicht, wer ich bin. Sonst war es einfach nur als Gag. So, und der Nächste, der kam, hat sich gefreut, wahrscheinlich wie Bolle, dass er eine Bratwurst bekommen hat. Und sonst, der hat das mit Sicherheit noch zwei Leuten erzählt. Der Bratwurst-Brater hat das mit Sicherheit auch nochmal zwei Leuten erzählt. Und der eine oder andere macht es vielleicht nach. Das mache ich ab und zu mal. Und so kannst du mit einem ganz kleinen Impuls etwas Positives in die Welt bringen. Oder einfach mal die 50 Cent beim Fahrscheinautomaten drin liegen lassen. Wie freust du dich, wenn du 50 Cent da drin findest? 50 Cent tun dir nicht weh, wenn du sie liegen lässt und du hast jemandem eine riesen Freude gemacht. Das sind Kleinigkeiten. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Und man hat unheimlich viel Macht mit positiven Gesten. Und verwendet mehr Zeit für die schönen Dinge, für die Menschen, die euch wichtig sind. Überlegt, wie viele Stunden ihr am Tag auf Social Media verbringt oder im Internet. Und stattdessen vielleicht mal zum Telefonhörer zu greifen und jemanden anzurufen, der einem positiv wichtig ist. Die Eltern mal wieder anzurufen oder einen guten Freund anzurufen. Die fünf oder zehn Minuten sind viel besser investiert. Du fühlst dich besser. Du kannst dann auch mit den negativen Sachen, mit denen du dich umgeben musst, auch viel besser händeln. Und du hast das Gefühl, die Menschen sind auch einfach viel freundlicher. Absolut. Ja, und du bist ja auch ein freundlicher Mensch. Ja, Dirk, es war sehr schön, dass du hier warst. Du hast uns geholfen, einige Dinge wieder ein bisschen einzuordnen. Und vor allem dieses Positive, ich gehe jetzt raus und nachher, wenn ich aus der Sendung komme, werfe ich erstmal ein paar 2-Euro-Stücke. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich danke dir für die Einladung, Silvia. Es freut mich, dass Sie diesen Podcast bis zum Ende angehört haben. Vielleicht haben Sie die Börse jetzt auch ein bisschen besser verstanden. Das wäre schön für meinen Gesprächspartner und auch für mich. Wir können uns wiederhören, wenn Sie mögen, am Sonntag im Radio. Das ist immer möglich von 9 bis 12 bei Radio FFH. Oder natürlich mit allen Gesprächen überall da, wo es Podcasts gibt.